Es ist einfach so, Jungs, ihr müsst euch überlegen, ich habe drei Videos mit Baba hochgeladen, die über 40.000 Klicks haben. Was ist im Shop? Werdet ihr jetzt sehen, zwei Minuten noch. Ich gehe jetzt gleich offline auf TikTok, ich gehe jetzt gleich offline auf TikTok, weil ich mache ein Video für, bin drinne, okay, ich mache ein Video nämlich für, äh, Dings, für TikTok mache ich ein Video. Und deswegen gehe ich gleich live, äh, gleich auch auf TikTok auf. Tragt mal bitte Creator rein, Jungs. Lumi? Ja? In deinem Video haben, äh, 727 Leute gesehen jetzt. Ja, ist ja auf jeden Fall geil, mehr, Digga. Beste wären 1.000. Ist aber so, oder mehr. Kann ich mitspielen? Klar, Digga. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ihr könnt alle mitzocken, Digga. Unterstützt gerne meinen Creator, wenn ihr den neuen Skin kaufen möchtet. Der ist sowieso so selten. Hab den schon lange. Dankeschön, Digga. Äh, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr, ähm, den neuen Skin kaufen wollt, unterstützt meinen Creator-Code, wäre auf jeden Fall korrekt. Müsst ihr nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne unterstützen. 30 Sekunden, 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ja. Ja. Okay, ey, Jungs, ich muss leider jetzt kurz offline auf 20 Sekunden, let's go. Also, Jungs, wir werden uns sehen. Ich mache jetzt das YouTube-Video. Wir sehen uns, Leute, haut rein und tschüss. 13, 12, 11, 10. 10, okay. 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde und... Leute, er ist da. Er ist da, Leute. Oh mein Gott. So, Leute, er ist da. Oh mein Gott, er ist zu wild. Alter. 800 V-Bucks. Yo. Weißt du was, Digga? Kann man B-Bucks kaufen? Nee, ne? Kann man nicht kaufen, ne? Ja, doch. Ja, aber wie? Hey, das Pack lohnt sich voll. 1800 V-Bucks? Wie kann ich... Was? Was? Das Pack kostet einfach nur 1800 V-Bucks. Das kostet 800 V-Bucks Rabatt, ne? Neu, Sil, Greg. Oh mein Gott, er ist so wild, der Typ, ne? Junge, der Tanz ist so geil. Der Tanz ist so geil. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Ey, der sieht so wild aus, ne? Nein, ich hab den nicht. Ich kauf den aber gleich. Warte mal kurz. Ey, du kannst ja den Lack zu Bonken holen. Ey, wie kann man Geld aufladen? Ich kauf den jetzt live. B-Bucks, ganz rechts, B-Bucks, ganz rechts. Mit Paypal? Kann ich das mit Paypal machen? Ja, du musst auch... Ja, ja, ja. Wie viele B-Bucks willst du denn haben? Also entweder kannst du... Digga, ich kauf mir das Paket. Ja, du musst du 2800 B-Bucks, das sind 20 Euro. Und dann steht da kaufen, und gehst um den Stor. Ja, das spielt auch viel Schwimmel. Ich spiel auf PS5, Digga. Warte mal kurz. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich den gekauft hab, dann poste ich ein Video auf jeden Fall. Was ist dein... Wie dein Epic? Warte mal kurz. Warte kurz. Ey, ich schau mir einmal kurz den Dings an. Den Tanz. Leute, alle annehmen, ganz entspannt. Zack, annehmen. Soll ich den mal kaufen, den Tanz? Soll ich den kaufen? Warte, kann ich auch den kaufen, den Controller? Ne, die Bucks. Ich kann mir den Tanz kaufen. Soll ich mir den Tanz kaufen? Oder soll ich mir das komplette Paket kaufen? Das komplette Paket würde ich. Zwanne, ne? Ja. Nur für euch, Jungs. Nur für euch. Es ist doch egal, ob du aufgibst oder nicht. Allein in den Tages hast du auch immer... Zurück zum Spiel. Jungs, ich hab mir jetzt für 20 Euro V-Bucks geholt. Ich hab mir für 20 Euro V-Bucks geholt. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich hab ihn mir geholt. Und jetzt... Und jetzt wird ganz entspannt. So, Leute. Ich kauf jetzt Graf G-Paket. Markiert ihn alle unten. Paket kaufen. Ganz entspannt. Drei, zwei, eins. Zack. Easy. So, ganz entspannt, Leute. Hab ich mir jetzt Graf G gekauft. Und den rüste ich jetzt aus. Mit allem, was er hat. Jo. Oh, Liga. So easy, Jungs. Ganz easy. Ganz entspannt. Und jetzt hab ich Graf G gekauft. Jo, der dritte Teil. So. Versteht ihr? Ganz entspannt, Jungs. Und jetzt können wir zacken. Falls ihr Bock habt. Na, jetzt holen wir einen epischen Sieg. So, Leute. Jetzt holen wir erstmal einen epischen. Nein, wie gesagt, Leute. Es ist einfach... Es ist einfach Dings. Weißt du? Ich sag euch ganz ehrlich. Ihr müsst mir nicht alles schenken. Ich hab gesagt, komm. Ich kauf mir jetzt auch mal was. Weißt du? Warum soll ich... Warum soll ich... Weißt du? Warum soll ich von allen was annehmen? Prima überlegen, ob ich mir den ziehen kaufe oder lieber den anderen... Immerhin hab ich den mit meinem Creator-Code gekauft. So, das bin ich. Okay, warte. Ich mach mal hin. Wie heißt du denn, Digger? Mein allererster Skin, Digger. Ich hab meinen allerersten Skin gekauft gerade. Den ich überhaupt gekauft hab. Nicht geschenkt gekriegt hab. Wie heißt du denn, Digger? Komm, sag mal. Nee, der in den Kommentaren. Zeig mal den ganzen Shop. Warte, zeig ich euch mal. Das ist alles für The Graph G, Digger. Ey, ey, ey. Promi. Zeig mal denne, Leute. Denne, Moe. Warte mal kurz. Wild. Wild, Leute. Wild, wild. Dein Video, das gerade... Bis du gerade in den Hosenfall haben, über zwei Minuten dann... ähm... ...ein, drei Leute gesehen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall krass, Digger. Ja, ist alles gut, Digger. Kannst du auf jeden Fall... ...ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Ey, wir können ja mal gucken, Digger. Ich feier eigentlich auch nur den Spitzhackig. Ja, Digger. Wie gesagt, ihr... wer... wer... auf jeden Fall... in sechs Tagen Freitagnacht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Was ist? Ach, doch nicht. Ja, okay. Okay. Ich dachte... Ich dachte, wir... die hauen neues Event raus, Digger. Für... Graph G. Ich dachte es. Hype Cup in neun Tagen werde ich zocken. Cup mit Geldpreisen werde ich zocken. Den Rest werde ich auch holen. So, Leute. Auf jeden Fall. Wartet mal kurz. So, warte. Ich muss den mal eben kurz einladen. Ne, ist auf jeden Fall schon krass, Digger. Und jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal... ...the Graph G. Krass, ne? Viele denken sich so, Junge. Der Junge ist krank. Ihr müsst... Ihr müsst euch einfach mal vorstellen. So, warte mal kurz. Ich... Ich lade mal eben den... ...ein. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich kaufe mir den Skin, glaube ich, nicht. Ich kaufe mir Törius Scott, wenn er reinkommt. Ja, mach, Digger. Ich... Ich brauche... ...verrissen dich, Digger. So, ich dich provozieren. Wo ist denn Dings, Digger? Wie heißt denn nochmal? Rob... Warte mal kurz. Rob... Sie... Ne, ich lade nicht so schnell provoziert. Deswegen bin ich auch begeistert, dass mein Lieblings-Skin ist. Digger, Digger. Ich glaube, ich habe die meisten Leute hier schon provoziert, dass ich mir gerade den Skin gekauft habe, Alter. Ich schaff's, Digger. Die meisten Leute kriegen gerade Hassanfall. Die... Die haben keinen Bock mehr. Die denken sich so, Junge, der Typ, der hat jetzt den... Einfach den... ...Typ, Alter. Ne? Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ich... Ich zocke jetzt gerade einfach mit jemandem, der einfach so wild aussieht. Zieht euch den Tanz rein. Zieht euch den Tanz rein. Einfach geil, Digger. Einfach geil. Einfach easy, Digger. Es ist wild, Digger. Es ist wild. Ich bin gerade getriggert. Warum habe ich meine V-Bucks gestern ausgegeben? Warte mal. Wie warst du da, dass er seine V-Bucks ausgegeben hat? Er hat seine V-Bucks ausgegeben, wohl. Oh. GG, Digger. GG. Wenn sie Level kaufen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kaufe ich mir jetzt Level. Nein. Ja, Digger. Ja, er ist auf jeden Fall geil. Er ist auf jeden Fall geil. Ist einfach so. Ne? Ihr seht selber. Guck mal, Digger. Ja, was willst du haben? Wer will was von euch beiden haben? Ich. Ich will den Tanz. Im Besinns. Okay, was macht. Wer willst den Tanz haben? Ender? Mir kannst du eh nichts checken. Wir sind noch nicht drei Tage befreundet. Ender. Ah, wir sind auch nicht drei Tage befreundet, Ender, ne? Nein, ich hab doch dich gerade erst angenommen. Nein? Nein? Warte, komm. Ey, Digger. Weißt du, ey, Leute, wisst ihr was? Ich muss auch mal was zurückgehen. Oh mein Gott, Digger, danke schön, Alter. Oh mein Gott, Digger, danke schön, Alter. Oh mein Gott. Kein Problem, Digger. Ohne Spaß. Ich muss, ey, Jungs, ich sag euch ganz ehrlich. Der erschreit direkt. Der, ich sag euch ganz ehrlich, muss ab und zu wirklich mal was zurückgeben, Jungs. Und deswegen mach ich das auch, weißt du? Ey, ich schenke euch diesen Tanz oder so. Krieg ich ja auch ver... Ey, Mirjana, ey, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich würd... Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab die ganzen Paysafe-Karten und alles wirklich abgegeben und so. Aber ab und zu, Leute, muss ich auch ein paar Leuten mal was gönnen. Ist einfach so. Ender, so, ich kann jetzt auch... Ey, ja, es ist einfach so, Jungs. Ihr müsst das einfach mal so sehen. Ich geb den Leuten ja die Sachen auch... Tragt einfach Creator Code ein. Auf Ehre. Äh, ich geb den Leuten die Sachen ja auch. Guck mal, ich kann... Ich kann einfach... Keine Ahnung. Ne? Ich muss ab und zu halt auch mal was zurückgeben, Leute. Ist einfach so. Ne? Ihr müsst das einfach mal so sehen. Ey. 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 Ey.